Menelaos war ein makedonischer General in der Zeit der Diadochenkriege des 4. v. Chr. Er war ein Sohn des makedonischen Adligen Lagos und der Asinö, die wohl mit dem makedonischen Königshaus verwandt war. Sein Bruder war der Dynastiegründer Pitholemius. Zusammen mit Seloikos und der Unterstützung des Stadtkönigs Nikokreon von Soloi eroberte er während des 3. Diadochenkrieges 314 v. v. Chr. Die Insel Zypern. Hier amtierte er nach dem Tode Nikokreons 311 310 v. v. Chr. Als Untergebener seines Bruders im Amt eines Strategen. Vermutlich wurde er auch Stadtkönig von Salamis da er dort Münzen mit seinem Namen schlug. Die Herrschaft der Lagiden auf der Insel verteidigte er mit der Niederschlagung des rebellierenden Stadtkönigs Nikokles von Parfos. Während des 4. Diadochenkrieges konnte Menelaus 306 v. c. h. r. die Landung des Demetrius Polyorkids auf Zypern nicht verhindern und wurde von diesem in Salamis eingeschlossen. Ein Entsatzversuch seines Bruders Pitholemius scheiterte in einer schweren Niederlage auf See, woraufhin Menelaus die Insel aufgeben musste. Zypern wurde 295 v. c. h. r. erneut und nun dauerhaft von Pitholemius erobert. Menelaus hatte als erster Eponymer Priester des vergöttlichten Alexander V. Amtszeiten lang amtiert, wobei lediglich seine beiden letzten Amtszeiten im 39. und 40. Regierungsjahr des Pitholemius I. durch Papyrus-Funde belegt sind. Weblink Menelaus bei genealogie-mittelalter.de 스트 Pitholem